Ja, klären wir vielleicht gleich die erste essenzielle Frage, was ist eine Programmiersprache und bevor ich da tiefer eintauche, frage ich einmal, welche Vorkenntnisse da sind, falls welche da sind. Hat wer schon einmal programmiert, irgendwo mit irgendeiner Programmiersprache und der andere? Was ist der Basic? Der zweite Kollege? Okay, also da haben wir eh schon einiges an Vorkenntnissen. Gut, dann können wir da ja relativ schnell durchspringen, glaube ich. Also Programmiersprache ist im Prinzip, schaut ein bisschen aus wie ein Gewirr aus Englisch und Mathematik in den meisten Fällen. Die meisten Programmiersprachen sind Englisch, vor allem die weitverbreiteten. Es gibt ein paar Programmiersprachen, die keine englischen Worte benutzen, sondern beispielsweise gibt es eine Perl-Edition, die in Latein gehalten ist, gibt es sogar eine auf Klingonisch. Also das ist keine zwingende Regel, dass das Englisch sein muss, aber bei fast allen weitverbreiteten Programmiersprachen ist es so, dass die im Prinzip mit englischen Wörtern arbeiten und natürlich mit mathematikähnlichen Formeln, Zuweisungen. Hier haben wir also ein paar Beispiele. Gleich links oben Python, die Programmiersprache, der wir uns heute widmen werden. Darunter haben wir Pascal, auch eine relativ weitverbreitete Programmiersprache, ist ein bisschen am Zurückgehen, aber vor allem im kommerziellen Sektor immer noch stark verbreitet. Rechts sind zwei Beispiele, C, wahrscheinlich eine der verbreitetsten, wenn nicht sogar die verbreitetste Programmiersprache überhaupt. Und was man hier sieht, ist im Prinzip auch viermal immer dieselbe Funktion. Das heißt, das produziert eigentlich immer dasselbe Ergebnis, bis auf ganz geringe Unterschiede. Sieht jedes Mal ein bisschen anders aus, hat aber ganz ähnliche Struktur. Also man sieht schon, diese Programmiersprachen sind alle so ein bisschen ähnlich. So wie halt auch menschliche Sprachen im Prinzip relativ ähnlich sind. Es gibt immer bei menschlichen Sprachen Hauptwörter, Verben, Adjektive, Adverbien und so weiter. So ähnlich ist es auch bei Programmiersprachen. Da hat halt jede Programmiersprache ähnliche Konstrukte im Prinzip. Man sieht es auch hier, es ist auch wie bei menschlichen Sprachen so, dass dieselbe Funktion nicht unbedingt immer in derselben Art und Weise geschrieben werden muss. Man sieht es hier beispielsweise bei dem Beispiel in C. Wenn man zwei Beispiele in der Programmiersprache C, die eigentlich im Prinzip dasselbe machen, nur in zwei unterschiedlichen Stilen geschrieben sind, aber im Prinzip eben dasselbe Ergebnis liefern. Das heißt, so sieht das aus, woraus besteht das Ganze, also was sind die Elemente einer Programmiersprache. Die wichtigsten sind die Keywords, das sind also Worte, die in dieser jeweiligen Programmiersprache eine bestimmte Bedeutung haben, die die Programmiersprache sozusagen versteht. Also sie versteht nicht alle englischen Worte, nur weil sie eben englische Worte benutzt, sondern sie versteht nur bestimmte Worte. Das sind diese Keywords, die darf man auch für nichts anderes benutzen. Also diese Keywords sind reserviert. Genauso wie unten diese Data Types, die wir darunter haben. Für jeden dieser Data Types gibt es auch meistens so ein reserviertes Keyword, das eben nur dafür benutzt werden darf, einen bestimmten Data Type zu bezeichnen. Aber man darf es nicht benutzen, zum Beispiel für das, was dann direkt runterkommt, Variablen oder Funktionen. Also man darf eine Funktion oder eine Variable nicht so nennen wie diese Keywords, weil dann bringt man dieses ganze System natürlich durcheinander. Variablen, das ist einer der wichtigsten Bestandteile dieser Programmiersprachen. Alles, was man irgendwo speichern möchte, während das Programm läuft, legt man normalerweise solche Variablen ab. Und die spielen auch sehr eng zusammen mit diesen Datentypen. Das heißt, was in dieser Variable dann jeweils drinnen ist, das ist so ähnlich wie bei der Mathematik. Bei der Mathematik sind es halt immer Zahlen. Beim Computer kann es eben auch ein Text sein, so wie wir da haben, Label ist Music, Counter ist One, ist dann eben eine Zahl, Pi ist 3,14. Das sind tatsächlich drei verschiedene Datentypen hier. Beim Counter soll es eine Ganzzahl sein, also die Zahlen, die keine Nachkommastellen haben in dem Fall, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Bei Pi wäre es eben so eine sogenannte Gleitkommazahl. Das sieht man da oben auch aufgelistet bei den Datatypes. Also ein Int beispielsweise hat eben nur ganzzahlige Zahlen. Ein Float oder ein Double beispielsweise kann dann Nachkommastellen haben. So funktionieren diese Variablen. Die spielen das mit diesen Datentypen ganz eng zusammen. Das Schöne bei Python ist, dass man sich am Anfang da gar nicht so großartig darum kümmern muss, was das genau für ein Beta-Type ist. Das muss man in den meisten Programmiersprachen nämlich schon. Also wenn man C beispielsweise programmiert oder in Pascal muss man das schon im Vorhinein angeben, was man denn da jetzt in diese Variable hineintun will. Bei Python versucht Python selbst herauszufinden, was das für ein Datentyp ist. Der kann auch wechseln bei derselben Variable und das macht es eben recht einsteigerfreundlich, die ganze Geschichte. Direkt drunter haben wir dann aufgelistet Funktionen. Also hier wäre der Funktionsname dann DisplaySpeed. Und eine Funktion ist einfach ein Teil von einem Programm, der eine bestimmte Aufgabe übernimmt. So eine Funktion lässt sich dann aufrufen. Das heißt, man kann immer wieder diese selbe Funktion benutzen. Die führt immer wieder dieselbe Aufgabe aus. Also wenn man etwas mehrfach hintereinander machen will, schreibt man es am besten in eine Funktion rein. Kann man die immer wieder verwenden, ohne dass man immer den Code kopieren muss. Das sehen wir dann auch gleich, wenn wir uns anschauen, wie so ein Programm abläuft. Dann wird das ziemlich, wir machen es ganz am Anfang noch ohne Funktionen, das geht in Python auch. Läuft das im Prinzip einfach von oben nach unten durch, so wie man den Text liest. Mit Funktionen lässt sich dann eben in einzelne Funktionen hineinspringen. Also dann geht es nicht mehr so rein von oben nach unten, sondern dann lässt sich das Ganze so ein bisschen in Strukturen bringen. Darunter aber noch Operators. Also Operator ist im Prinzip auch das, was man in Mathematik benutzt. Zuweisungen, Vergleiche, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenzieren und dann hat man da ganz rechts noch so ein bisschen ausgefallene Operators, diese doppelten, kleiner und größer Zeichen. Das sind sogenannte Bit-Shifts, ob das man einmal gehört hat. Da werden wir heute wahrscheinlich nicht dazu vordringen. Aber die sind schon relativ computerspezifisch damals. Es gibt dann noch ein paar mehr Operatoren, logische Operatoren. Ich habe da nicht alle aufgelistet. Die Seite ist generell nicht vollständig, muss ich dazu sagen. Also ich habe ja nicht alle Sprachelemente jetzt aufgeführt, sondern nur die ganz wichtigen, weil es eben ein Kurs für Einsteiger ist. Und das Letzte, was wir hier so allgemein zusammenfassend haben, ist in Rot, weil es so wichtig ist, Syntax und Semantik. Das heißt, man braucht nicht nur alle diese Worte. Das ist genauso wie bei einer Menschensprache. Wenn man die nur wild durcheinander wirft, kommt natürlich überhaupt nichts dabei raus, weil die Programmiersprache dann schon gar nicht verstehen kann, was man eigentlich meint. Das heißt, alle diese Programmiersprachen haben immer eine bestimmte Syntax und Semantik, die vorgibt, wie diese einzelnen Sprachelemente hintereinander zu benutzen sind. Es ist ähnlich wie, da gibt es einen ganz lustigen Satz. Das fällt mir leider nicht ein, ein englischer. Kommt jetzt glaube ich nicht. Es ist auf Wikipedia, auf der Wikipedia-Seite zur Semantik findet man ein paar Beispiele für Sätze in menschlicher Sprache, die zwar lauter gültige Worte und sogar gültige Grammatik benutzen, die aber keinen Sinn ergeben. So ähnlich ist das bei Programmiersprachen auch. Also man kann teilweise Konstrukte schreiben, die entweder gar keinen Sinn ergeben oder welche, die zwar von der Programmiersprache verstanden werden, die aber trotzdem nicht sinnvoll sind. Und wenn man sich dann eben an die Syntax und die Semantik hält und auch die Strukturen richtig ausführt, dann kommt aber eben ein funktionierendes Programm heraus, das auch einen Sinn ergibt. So, jetzt ist es halt so, ich gehe da nochmal eine Seite zurück. Diese Programmiersprachen sind also mehr oder weniger ein Text, den der Computer dann irgendwie ausführen können muss. Jetzt haben wahrscheinlich alle schon mal gehört, dass, so wie man es oft sagt, ein Computer nur mit Einsen und Nullen arbeitet. Damals, also bei den Programmiersprachen sehen wir da jetzt was ganz anderes, immer Funktionsnamen, Variablennamen, eine Menge Text, Einrückungen und die Frage ist jetzt, wie schafft es der Computer das auszuführen? Der versteht das eigentlich im Prinzip gar nicht. Das ist der Punkt, wo dann die Programmiersprachen ansetzen. Da gibt es mal zwei verschiedene, und zwar interpretierte Programmiersprachen oder kompilierte Programmiersprachen. Bei den interpretierten Programmiersprachen, und da gehört Python dazu, ist es so, dass es immer einen Interpreter gibt. Das heißt, der Interpreter liest im Prinzip das Programm, das man geschrieben hat, liest also diesen Text und fängt an, das zu interpretieren. Und je nachdem, was man da dann eben am Programm, am sogenannten Statements hineingeschrieben hat, führt der Interpreter der Reihe nach aus. Das heißt, der sorgt dafür, dass das Ganze dann einen gewissen Sinn ergibt und dass das irgendein Ergebnis liefert. Der Interpreter selber ist auch ein Programm, ist natürlich auch irgendwann mal in einer Programmiersprache geschrieben worden, liegt aber schon in diesem sogenannten binären Format vor. Das heißt, der liegt in diesen Einsen und Nullen für den Computer verständlich übersetzt vor. Da kommen wir dann gleich in Kürze dazu, wie es dazu kommt. Also wie aus diesem Programm, nämlich zum Beispiel auch bei den kompilierten Programmiersprachen, wie daraus dann so ein sogenanntes Binary wird. Man sieht es da unten schon. Das heißt, der Unterschied zur kompilierten Programmiersprache ist, dort gibt es diesen sogenannten Compiler, das ist im Prinzip auch ein Interpreter, nur dass der Interpreter das Programm nicht sofort ausführt, sondern der übersetzt es in eine für den Computer verständliche Sprache, eben in diese Einsen und Nullen, in diesen binären Code. Und der schreibt das Ganze dann im Prinzip einfach in eine Datei, die nennt sich dann Binary, man hat so ein Executable dazu. Das Binary enthält dann den tatsächlich für den Computer verständlichen Code. Das heißt, das ist das, was der Computer wirklich ausführen kann. Das sind dann diese ausführbaren Dateien. Und wir haben es da symbolisch angedeutet, ausgeführt wird es dann jeweils von einem Prozessor. Entweder das Binary oder der Interpreter läuft auf dem Prozessor und führt dann eben das Programm aus. Ich habe da welche mitgebracht, dass man das auch einmal gesehen hat. Das ist ein bisschen Information, um zu programmieren rundherum. Die gebe ich da mal durch. Also so schaut das aus. Das eine ist ein Pension-Prozessor von ungefähr 1999 schon drauf, oder war es 1996? Das andere ist ein EMD-Adlon-Prozessor von 2001, glaube ich. Also da liegen ein paar Jahre dazwischen. Wie funktionieren diese Prozessoren? Sie sind zwar sehr klein, man sieht es ja im Prinzip der Prozessor selbst, das ist nur ein ganz kleiner Teil auf diesem gesamten Chip. Der ist, also das meiste, was man hier sieht, ist der Chip-Carrier und dieser winzige Teil in der Mitte, dieses Metallblättchen da drunter ist und der eigentliche Chip. Da drinnen sind ungefähr so um die, im Älteren sind um die viereinhalb Millionen Bauteile verbaut und im Neueren sind ungefähr 38 Millionen Bauteile verbaut. Das ist aber alles schon wieder 10, 15 Jahre her. Also es sind mittlerweile schon noch viel mehr geworden. Das sind also diese Chips, die dann tatsächlich den Code ausführen. Da können wir dann später auch noch reinschauen im Detail, wie das dann im Prinzip im Chip funktionieren würde, wenn es ihn interessiert. So, jetzt haben wir da also den Interpreter und den Compiler. Jetzt stellt sich die Frage, wo kommen die her? Und wie funktionieren die? Schauen wir uns zuerst einmal an, wie ein Compiler aus einer Programmiersprache einen ausführbaren Code macht und was denn dieses Binary ist, also dieser binäre Code, wir haben gesagt, ein Computer kann nur 1 und 0 verstehen. Dieses Binary ist im Prinzip einfach nur ein Zahlensystem. Das heißt, das Einzige, was ein Computer versteht, sind numerische Ausdrücke. Damit kann was anfangen. Alles, was auf einem Computer gespeichert ist, ist in irgendeiner Form nur numerisch. Das, was man am Bildschirm sieht, ist eigentlich nur eine lesbare Darstellung davon. Wir sind halt gewohnt, das Dezimalsystem zu benutzen, hier in unseren Breiten. Es gibt ja auch das Römische, wenn du es noch mehr kennst, dass da bis, wie das funktioniert, da gab es ein Alters, das bis 12 geht, in 12 erschrickt in 12 und 60, also ein Dutzend System. Hier ist es das Dezimalsystem, später hat es dann diese römischen Zahlen gegeben, die im Prinzip ähnlich funktionieren, nur anders angeschrieben sind, das ist eine andere Art und Weise, ein Dezimalsystem anzuschreiben. Hier das Dezimalsystem relativ einfach erklärt. Wir haben hier immer die Zahl 27 dargestellt in verschiedenen Zahlensystemen. Beim Dezimalen ist es eben so, dass es immer in 10er Potenzien funktioniert. Das heißt, jede Ziffer, je nachdem an welcher Stelle sie steht, an der ersten, zweiten, dritten Stelle, hat einen Wert, der mit verschiedenen 10er Potenzen multipliziert ist. Also der 7er mit 1, der 2er mit 10, wenn davor noch eine Ziffer wäre, dann wäre es mit 100 multipliziert. So kommt man eben zu 2 mal 10 plus 7 sind genau diese 27. Dazwischen haben wir dann noch das hexadezimale System, das ist sehr gebräuchlich auf Computer, darum habe ich es da mit aufgeführt. Das lässt sich nämlich sehr einfach umrechnen ins binäre System, im Gegensatz zum Dezimalen, das ist immer ein bisschen schwierig. Beim Hexadezimalen geht es recht leicht. Hexadezimal geht es in 16er Potenzen hier immer. Das heißt, die zweite Stelle ist dann mit 16 multipliziert, die dritte ist 16 mal 16, also 16 zum Quadrat. Und nachdem es in 16er Schritten geht, braucht man ein paar Ziffern mehr. Das heißt, man hat es dann eben erweitert, indem man die Buchstaben von A bis F auch noch benutzt hat. Man nimmt 0 bis 9, das hat den ganz normalen Wert, den man gewohnt ist. Und von A bis F gibt es dann eben die Ziffern 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Eben nicht als Zahl, sondern als Ziffer, also als Einstelliges. Und da kommen wir eben mit 1 mal 16 und B mal 1, also B ist 11, 11 mal 1, 16 plus 11 ist auch 27. Eigentlich dasselbe Prinzip wie beim Dezimalsystem, nur eben mit einer anderen sogenannten Basis. Und dann sind wir auch schon beim Binärsystem, dass das eben der Computer benutzt. Da gibt es eben nur mehr 1 und 0, weil die Basis 2 ist. Das heißt, es geht alles in Zweierpotenzen. Die erste Stelle hat den Wert 1, die zweite hat den Wert 2 und dann wird es immer mit 2 multipliziert. 2 hoch 3, 2 hoch 4, 2 hoch 5. Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Also überall, wo ein 1er steht, wird multipliziert mit der jeweiligen Basis, mit dem jeweiligen Stellenwert. Und überall, wo ein 0er steht, ist natürlich Multiplikation mit 0, fällt weg. So kommt man genauso auf diese 27. Und das ist das Format, das die Elektronik im Computer tatsächlich verwendet. Schauen wir uns noch an, wie die Übersetzung funktioniert. Also wir haben hier noch einmal eine High-Level-Language, so nennt man die Programmiersprachen, die eben mit Text arbeiten, wo man da so ein bisschen ähnlich wie in Englisch und mathematischen Formen gemischt ein Programm schreiben kann, das also eher für Menschen lesbar ist. Das wird dann eben von so einem sogenannten Compiler übersetzt, meistens noch über einen Zwischenschritt, das ist diese Assembly-Language, aber im Endeffekt wird es immer übersetzt in diesen Binary-Code. Und wir haben es hier auch ein bisschen angedeutet, das wäre jetzt der tatsächliche Code, den der Computer versteht. Also das ist eigentlich der Vergleich da, ob diese Geschwindigkeit hier größer als 0 ist, Speed größer als 0, das wird übersetzt in so eine Compare-Instruktion, das heißt diese Prozessoren, die ich da hergelegt habe, die haben einen fixen Satz an Instruktionen, die sie beherrschen. Und die Programmiersprache muss dafür sorgen, dass sie alles, was da am Text steht, auf das übersetzen, was dieser Prozessor eigentlich kann. Das ist ein Set von meistens so zwischen, bei primitiven Prozessoren können es einig wenige Instruktionen sein, also 10 oder 50, bei modernen sind es oft einige 100, vielleicht sogar 1000. Kann man auch schon immer ganz echte Manuals runterladen, sich das anschauen, wenn es einem interessiert. Und was man hier sieht ist, ich habe es ein bisschen farbcodiert, das heißt man kann hier sogar ein bisschen erkennen, wie der Computer das versteht. Das heißt, dieser numerische Wert ganz unten, diese Zahl 131, das ist dann in hexadezimal und das ist in binär, das ist dieser numerische Wert, der dem Prozessor sagt, dass diese Instruktion gemeint ist. Diese Nullen findet man dann, die grünen findet man hier, in diesem symbolischen Code, das ist auch diese Null hier. Das heißt, die hätten wir da schlagen, als wir das drüben machen können. Das ist genau diese Null, die da landet. Und dann ist hier der Speicherort, das ist in dem Fall ein Register, der eine Speicheradresse enthält, wo dann noch ein Offset angegeben ist. Das findet man alles hier. Also da ist kodiert, welcher Teil des Prozessors denn diese Adresse enthält. Und hier ist kodiert, wie groß dieser Offset ist. Muss man sich jetzt aber nicht merken, da braucht es zum Glück für Python nicht, so kompliziert wird es nicht. Aber dass man es mal gesehen hat, wie das übersetzt wird und was der Computer dann eigentlich versteht, habe ich es dazu genommen. Und das ist auch gleich die Überleitung zu einer der häufigsten Fragen, die ich höre von Leuten, die sich so ein bisschen dafür interessieren, wie ein Computer funktioniert und wie er programmiert wird. Und das ist genau diese hier. Das ist so, wo sich die Katze selbst in den Schwanz beißt. Mit welcher Programmiersprache hat man eigentlich die erste Programmiersprache geschrieben? Das ist eine der Standardfragen. Und da habe ich auch was mitgebracht. Das liegt hier drinnen. Man hat damit gar keiner Programmiersprache geschrieben, sondern man hat das hier benutzt. Ich weiß nicht, ob es wer kennt. Lochkarten, genau. Das heißt, das gebe ich auch hier mal zum Anschauen durch, das ist eine Lochkarte. Die kleinere ist von einer IBM System 3 und die Größe ist von einer IBM System 360. Das eine ist ein alter Minicomputer aus den 60er Jahren, 1969, auf den Markt gekommen. Das andere ist ein Mainframe von 1964. Und was man gemacht hat, ist, man musste tatsächlich, bevor es Programmiersprachen gegeben hat, die Programme einstanzen in diese Lochkarten. Also ein Bit machen sozusagen. Einen Einser in diese Karte stanzen. Überall, wo kein Loch war, war Null. Überall dort, wo man ein Loch gemacht hat, hat man dann sozusagen einen Einser hingesetzt. Also man musste es wirklich im Binärsystem in diese Karten rein stanzen. Und dann, so haben diese Computer übrigens ausgesehen, dann hat es einen Kartenleser gegeben, der diese Lochkarten abgetastet hat. Und dann eben elektromechanisch diese eingestanzten Werte in den Speicher vom Computer übertragen hat, sodass der das dann ausführen konnte. Und die erste Programmiersprache ist eben so entstanden. Das heißt, man hat hier die erste Programmiersprache mal im binären Code schreiben müssen, den ersten Übersetzer oder Interpreter, der dann erlaubt hat, Programme zu übersetzen, sodass man die in Textform eingeben kann. Und die erste Sprache, die es dann eben gegeben hat, war dieser Assembler-Code, also das, was man hier in der Mitte gesehen hat. Ganz am Anfang musste man dann eben symbolische Worte eingeben für die jeweiligen Instruktionen des Computers. Und erst später sind diese High-Level-Languages gekommen, zu denen auch Python gehört. So, da sind wir dann im Wesentlichen auch schon durch. So sieht es heute aus. Also man kann immer noch, wenn man möchte, in diese Maschineninstruktionen hineinschauen und sich anschauen, wie das Programm sozusagen ganz auf der tiefsten Ebene funktioniert. Man hat ja also die, links hat man eine Auflistung dieses sogenannten Assembler-Codes und rechts hat man dann so einen sogenannten Hex-Stump, eben im hexadezimalen System, wo man sich dann anschauen kann, was jetzt so ein Compiler tatsächlich fabriziert hat. Und dann sind wir auch schon beim Workshop-Programm, das sich jetzt damit befasst, wie man in so einer High-Level-Language, eben Python, Programme schreibt, wenn man damit beginnt, also wie die Strukturen funktionieren, welche Keywords man braucht, was die jeweils bedeuten. Und das ist so ungefähr unsere Agenda für heute, je nachdem, wie weit wir kommen. Das heißt, wir fangen ganz einfach an. Da steht Hello World ganz oben, das ist eines der bekanntesten Programmierbeispiele. Es gibt eigentlich in jeder Programmiersprache zumindest eine Implementierung von Hello World, die schreibt immer mal wer. Also Hello World, das wird unser erstes Programm heute. Wir werden es dann noch ein bisschen tiefer ausführen, und ein bisschen drauf aufbauen, ein bisschen damit herumspielen. Dann kommt Fizbass. Das ist eigentlich ein Experiment gewesen an einer Universität, und zwar für Universitätsabgänger. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Programm. Nur hat sich herausgestellt, dass ungefähr die Hälfte von den Universitätsabgängern, die Informatik studiert haben, auch das Programm nicht zusammengebracht haben. Also darum ist es ein ganz nettes Beispiel, aber ich glaube, wir werden es heute schaffen. Und dann kommt Multiplikationen bis 100, also das kleine 1 mal 1. Da werden wir mal ein paar Beispiele schreiben. Das wünschen sich wahrscheinlich alle Jugendlichen, oder Kinder, die noch in die Volksschule gehen, dass ihnen der Computer die Arbeit abnehmen würde. Das ist halt ein einfaches Beispiel, das wir da machen können. Dann werden wir mal das Alphabet automatisieren, sodass wir da nicht manuell den ganzen Text reinschreiben müssen, sondern da sieht man dann schön, dass auch diese Buchstaben von A bis Z im Prinzip numerische Werte sind, mit denen man arbeiten kann. Man kann einfach durchzählen durch das Alphabet. Das werden wir auch mal ausprobieren. Und wenn wir uns da überall leicht getan haben, dann versuchen wir mal so einen Rot-13, also eine Rotation um 13 Buchstaben, ein ganz einfaches Kryptografie-Programm zu schreiben, das zuerst mal eine Tabelle ausgibt und dann vielleicht auch einen, der direkt Text, den man eingibt, dann in Rot-13 kodiert und wieder zurück dekodieren kann. Und dann kommen wir vielleicht noch dazu, auch einen Kolker-Leder zu schreiben für durchschnittlichen Benzinverbrauch. Das ist auch so ein klassisches Einsteiger-Beispiel. Und wenn wir es ganz weit schaffen, schaffen wir vielleicht noch ein Hangman-Game. Das ist schon recht ambitioniert für heute, darum habe ich es da mal ein bisschen ausgegraut. So. Gibt es irgendwelche spontanen Fragen dazu? Vorab. Alles klar, eine dicke Erbsensuppe. Gut. Dann zeige ich euch jetzt eine Webseite, wo es am einfachsten ist, schnell in Python einzusteigen. Wobei ich sehe, wir haben da ein MacBook, da ist Python auch vorinstalliert. Also je nachdem, wo du es dann ausführen willst, du kannst es entweder über die Webseite machen oder direkt am MacBook mit einem Texteditor und einem Terminal. Zeige ich dann auch kurz vor. Das ist die Webseite. Falls es schlecht erkennbar ist, REPL, also R-E-P-L dot und IT. IT, genau. Also REPL wie Replication, ich weiß nicht, woher es tatsächlich kommt, der Name. Punkt IT und dann kommt man auf diese Language Selection. Da gibt es Python, hier in der rechten Spalte. und das ist eine ganz praktische Homepage hier. Da kann man direkt im Webbrowser Python-Code eingeben, auch kleine Programme schreiben da links und das wird direkt ausgeführt. Ich weiß nicht, ob es hier klappt, aber ich kann es natürlich auch in meinem Terminal vorzeigen, weil es funktioniert genau gleich und das ist vielleicht besser, dann aber schauen wir mal, vielleicht geht es sogar hier. Geht so? Kann man es gut erkennen? Machen wir das so. Ich setze mich da ein bisschen weiter nach links und rechts hier. damit ich es besser sehe. So, also das Erste, was wir gleich mal probieren können, ist dieses klassische Hello World. Da gibt es mal ein Keyword, das ist geht schon? Das ist eins, der am einfachsten zu benutzen, das ist einfach Print. Macht ungefähr das, wonach es klingt, es gibt aus. Das heißt, die erste gültige Python-Armleisung wäre Print Hello World. Wichtig in Anführungszeichen. Da schaut es auf die Daten hin, wenn man da jetzt Enter drückt, dann kriegt man dieses Hello World angezeigt. Das heißt, das erste Keyword hätten wir da schon und das ist im Prinzip auch schon, wenn man es in eine Datei reinschreibt und als Python-Programm speichert, ist das eigentlich schon das erste vollständige Programm. Das macht so nichts anderes als Hello World ausgeben, aber es ist im Prinzip schon ein Programm. Diese Print-Anweisung sage ich gleich dazu, hat sich übrigens bei neueren Python-Versionen geändert. Das heißt, die neue Variante bei Python 3 ist, dass man das mit einer Klammer eingeben muss. Hello World. Dann sieht es so aus. Macht genau dasselbe. Ist auch in Python 2 gültig. Das sollte man, wenn man es portierbar halten möchte, das heißt, wenn man möchte, dass das in Zukunft auf Python 3 auch funktioniert, sollte man das immer mit Klammern schreiben, sonst stolpert es das später mal, wenn man es auf Python 3 weiterverwenden will. Dann kriegt man Fehler zurückgeliefert von Python, dass das keine korrekte Syntax ist. So. Hello World. Haben wir jetzt einmal stellen uns natürlich die Frage, was ist, wenn man etwas mehr als einmal ausführen will? Dann also die Möglichkeit, Schleifen zu schreiben. Das ist das Erste, was ich da gerne an Programmierkonstrukten herzeigen würde. Das heißt, wenn ich jetzt fünfmal untereinander Hello World stehen haben möchte, dann werde ich das natürlich nicht in mein Programm fünfmal hintereinander reinschreiben, weil dafür einmal eine Programmiersprache. und das nächste Keyword, das ich euch da zeige, ist for. Das leitet eine Schleife ein. Dann kann man Variable definieren. Das heißt, dann mache ich schon unsere erste Variable. Den nenne ich jetzt einfach mal counter. Das heißt, for ist das Keyword, counter ist der Variable-Name, den ich benutzen möchte. Und dann sage ich ihn in, das ist auch ein Keyword und Range. Und dann kann ich einen Bereich angeben, wo dieser Counter durchläuft. Das heißt, ich leite damit eine Schleife ein, for counter in Range 1 und ich mache mal 10. Das muss in Klammern hier, also Range, Klammer auf, 1, dann Beistrech 10, Klammer zu und ganz zum Schluss kommt ein Doppelpunkt. Wenn ich da Enter drücke, passiert noch gar nichts, außer, dass es mir in der nächsten Zeile einrückt. Das ist für Python auch wichtig. Diese Schleife, also alles, was dann in der Schleife ausgeführt wird, ist alles, was unter dem Vor eingerückt steht. Und zwar normalerweise mit vier White Spaces. Das heißt, viermal auf die Space-Taste drücken, das definiert sozusagen einen Block in Python. Das heißt, wenn nur eine einzige Zeile darunter schreibt, die eingerückt ist, dann wird diese Zeile dann eben in dieser Schleife immer wieder ausgeführt, bis die Schleife vorbei ist. Ich schreibe jetzt mal Print Hello World rein. Und wenn man da Enter drückt, nochmal Enter, weil jetzt wartet auf die nächste Zeile eingerückt. Wenn ich jetzt da nichts mehr einrücke, sondern, ich kann einfach Enter drücken, dann kriege ich das da neunmal ausgegeben. Warum neunmal? weil es mit 1 beginnt. Das heißt, was diese Schleife macht, ist, es setzt diese Variable Counter, wenn sie beginnt, mal auf 1. Und dann läuft eben die Schleife, das Print, das unterhalb von dem For eingerückt steht. Und wenn dieser ganze Block, das heißt in dem Fall nur die eine Zeile, fertig ist, dann fängt die Schleife wieder von vorne an, aber die zählt dann durch. Das heißt, der Counter wird dann um 1 erhöht und hat dann eben den Wert 2. Wir benutzen den da jetzt im Moment nirgends. Aber das nächste was wir bekommen ist, nochmal eine Zeile Hello World. Das läuft so lange durch, bis der Counter eben 10 erreicht und 10 ist die Abbruchbedingung. Das heißt, das läuft neunmal durch, alles was kleiner als 10 ist, nimmt. Also wenn ich das jetzt verändere, man kann übrigens mit der Pfeiltaste nach oben kann man das nochmal ausführen und mit der Pfeiltaste nach links kann man da wieder zurückfahren. Also wenn ich den Wert hier ändere, zum Beispiel 20 eingib, dann kriege ich dementsprechend eben ups, falsche Taste erwischt. Wenn ich das auf 20 erhöhe, dann kriege ich es eben entsprechend 19 mal ausgegeben. So, jetzt haben wir also diesen Counter, da können wir auch gleich was anderes damit machen. Schreiben wir das mal so um, dass wir den Counter ausgegeben bekommen. Dann sehen wir, was der macht. Schreiben wir das mal so Print Counter. Dieses Mal ohne Anführungszeichen, weil es jetzt nicht der Text ist. Also ich will nicht, dass man das Print Counter auf dem Bildschirm schreibt, sondern ich will den Wert von Counter wissen in jedem Schleifendurchlauf. Ja. Ist das Leerzeichen hinten zwingend und dann beispielsweise das? Das kann man im Prinzip weglassen. Das ist eine reine Stilfrage. Das heißt, Python ist schon, achtet schon sehr auf diese White Spaces beim Einrücken, aber innerhalb von den Statements kann man dann beliebig viele Spaces machen. Also man könnte zum Beispiel auch zwischen Vor und Counter oder zwischen Counter und in zwei oder drei Spaces machen. Das ist halt, das ist mehr oder weniger eine Art Konvention. Also die Konvention ist in dem Fall, dass der Beistrech direkt am Wort davor hängt und dann kommt ein Space. Das dient eigentlich nur der Lesbarkeit. Man könnte es auch zusammenkleben sozusagen. Oder man könnte vor dem Beistrech noch ein Space machen. Da gibt es einen Style Guide für Python, wo drinnen steht, etwas die empfohlene Art ist, das alles anzuschreiben. Und ich sage gleich dazu, ich halte mich nicht absolut immer an diesen Style Guide. Da gibt es halt gewisse Für und Wider für manche Stile das zu schreiben. Schauen wir uns mal an, was das macht. Jetzt haben wir also den Wert von Counter jeweils ausgegeben und sehen, dass das eben von 1 bis 19 durchläuft. Das ist in dem Fall eben schon die erste Funktion. Das heißt, im Prinzip kann man jetzt schon zählen mit dieser Funktion. Wir sind schon ein bisschen über das Hello World hinausgekommen. Und ich zeige euch auch gleich noch eine andere Art der Schleife. Das sind diese sogenannten While-Schleifen. Das heißt, neues Keyword While. Das leitet auch eine Schleife ein. Also auch damit kann man die Dinge, die unter dem While stehen, mehrmals hintereinander ausführen. Da brauchen wir in dem Fall irgendeine Bedingung. Eine der einfachsten ist True. Das heißt, führt das für immer aus. Also es gibt keine Abbruchbedingung. Diese Schleife läuft, bis man das Programm irgendwie von außen beendet. Wird jetzt auch spannend. Schauen wir mal, was das da in der Webseite macht. Kann sein, dass wir eine Webseite zu und wieder aufmachen müssen, weil es gibt wie gesagt bei dieser Funktion kein Ende. While True und machen wir da mal Print. Und vielleicht habt ihr diesen Film mal gesehen, The Shining, wo er immer schreibt, immer wieder den selben Satz auf unzähligen Seiten. Den können wir da mal einbauen. All work and no play makes Jack a dull boy. Und dann passiert ungefähr das, was eben in der Scheinung auch passiert, das endet nie. Schauen wir uns das mal an. Das läuft also jetzt, man sieht das da kaum, das ist so schnell, dass man es kaum verfolgen kann. Man sieht es nur flackern. Aber das läuft jetzt eben so lange runter, bis man da irgendwie eingreift und das beendet. Schauen wir mal, ob Break geht. Also jetzt sagt er dann irgendwann, das Programm braucht so lange, um fertig zu werden. Do you want to stop it? Also wir haben da eine Funktion eingebaut, die uns da ein bisschen hilft und sagt, das scheint keinen Sinn zu ergeben, das Programm. Dann versuchen wir mal, dass wir das da loswerden. Ich glaube, ich werde es gerade nicht los, weil der Browser keine Lust mehr hat auf meinen Input hier. macht aber nichts. Jetzt habe ich also einen stehen gebliebenen Firefox hier. Also falls euch das auch passiert, dann den Browser zumachen und nochmal auf diese Webseite gehen. Aber wir haben schon gesehen, das war jetzt eben der erste Fall von das Programm ergibt durchaus für die Programmiersprache Sinn, aber es ist nicht sehr sinnvoll, weil alles, was es tut, ist für alle Ewigkeit diesen Satz, das Shining auszugeben, das hat natürlich nicht sehr viel Sinn. So, wir sind wieder zurück. Frage, ja, das Counter ist in dem Fall eine Variable und aber das heißt, das ist auch möglich, Counter X stattdessen zu schreiben oder irgendeinen anderen Namen zu vergeben. Es darf nur kein Name sein, der schon als Keyword reserviert ist natürlich. Also ich kann zum Beispiel nicht schreiben vor Range, in Range, weil dann wird sich weiterhin wahrscheinlich beschweren, dass Range ein Wort ist, das schon eine Bedeutung hat. Also das darf ich als Variable nicht verwenden, aber wir können es auch gleich ausprobieren, also nehmen wir da zum Beispiel vor, man könnte auch einen Buchstaben vergeben, können wir auch ruhig machen, also nochmal vor X, in Range, Null und also ich kann auch hier woanders anfangen, ich fange bei 5 an und lasse das da bis 34 durchlaufen, es ist immer 1 weniger als die letzte Zahl, die ich angebe. Also es ist exklusive der zweiten Zahl. Und dann mache ich hier wieder ein Print X, dann kriege ich eben raus genau dasselbe Ergebnis, nur die Variable heißt eben anders. Das sind dann auch diese Unterschiede, die man oft in Programmen sieht, also man sieht immer wieder in Programmen ganz ähnliche Funktionen, die von verschiedenen Leuten in verschiedenen Programmiersprachen, teilweise sogar in derselben Programmiersprache, immer wieder geschrieben werden, weil die halt sehr häufig sind, diese Funktionen und da sieht man dann eben die Unterschiede. Jeder benutzt einen anderen Variablen-Namen, weil eben das nicht fix vorgegeben ist, man kann benutzen, was man will. Teilweise werden andere Konstrukte verwendet, also ich könnte in dasselbe Schleife eben schreiben, zum Beispiel mit while, machen wir das gleich mal, in dem Fall muss ich es mal sicher anders strukturieren, also ich muss zuerst eine Variable setzen. Das geht ganz einfach, indem ich eingebe einen Variablen-Namen, also y zum Beispiel jetzt, statt x, und dann ist Gleichzeichen und dann einfach eine Zahl. Damit setze ich diese Variable y auf 1, passiert erst mal gar nichts, aber ich kann sie dann verwenden. also wenn ich jetzt sage, while y kleiner, zum Beispiel 20, dann zählt das da von 1 bis 19 durch. Und die funktioniert jetzt ein bisschen anders, also ich mache auch hier ein print y, aber da sind wir noch nicht fertig, sondern ich muss beim while auch noch irgendwo mal dazu sagen, was mit dieser y-Variable passieren soll, weil das while hat ja nur die Bedingung, das heißt, die wird noch nicht hochgezählt. Das muss ich da also manuell machen und dafür brauche ich eben diese zweite Zeile im Block und das ist in dem Fall y ist gleich y plus 1. Das heißt, was hier passiert ist, ich habe es ganz am Anfang mal auf 1 gesetzt, das ist der Wert, wo es beginnt, dann fange ich diese while-Schleife an mit der Bedingung, dass die nur so lange laufen soll, wie das y kleiner als 20 ist. Dann habe ich darunter diesen Block, das heißt, den Teil vom Programm, der immer wieder in der Schleife durchläuft, das ist alles, was eingerückt ist und da habe ich zuerst mal eine Ausgabe von y, damit ich sehe, was der aktuelle Wert ist und dann darunter wird y um 1 erhöht und wieder an y zugewiesen. Das heißt, im Prinzip zählt es ganz einfach y um 1 hoch. Das kann man übrigens auch abkürzen, also wenn man das kürzer schreiben will, kann man statt y ist gleich y plus 1 auch schreiben, y plus ist gleich 1. Das hat dasselbe Bedeutung, also im Prinzip einfach zähl 1 zu y dazu. Geht da y plus plus auch? Geht in Python nicht. Also die Frage hier ist gerade gewesen, y plus plus, das ist auch ein Konstrukt in manchen Programmiersprachen, das man schreiben kann, y plus plus oder plus plus y, das sind sogenannte Post-Inkrement- oder Prä-Inkrement-Operatoren, die gibt es in Python nicht. Also in Python muss man es tatsächlich mit plus ist gleich 1 anschreiben oder mit y ist gleich y plus 1 und diesen Operator plus plus und minus minus, diese beiden gibt es in Python nicht. Die gibt es beispielsweise in C oder in Java, sieht man das oft, das ist plus plus. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir auch gleich, das funktioniert so ähnlich wie dieses for mit range, also man kann die selbe Funktionalität doch erreichen, indem man es ganz anders schreibt. Und genauso können wir da auch anfangen mit y ist 5 und das ganze kleiner 20, dann kriegen wir da 35 was zuerst. Also wenn ich das da jetzt auf 35 ändere, dann haben wir da dieselbe Funktion wie vorhin, dann zählt es da eben von 5 bis 34 durch. So weit, alles klar. Dann schauen wir uns gleich die nächsten Dinge an. Ich zeige es jetzt gleich mal kurz vor, wie es mit dem Texteditor funktionieren würde. Das heißt, was ich da mal habe, ist so ein Terminal, sowas gibt es auf eigentlich allen gängigen Betriebssystemen. Mache ich auch größer, Schriftgröße kommt sofort. So, ich glaube, so ist es besser. So wird es noch ein bisschen. Ein bisschen noch? Ja, ja, es geht noch größer. Ah, so ist es. Das heißt, das findet man, also zum Beispiel, wir haben ja jetzt macOS 10, da findet man es in den Applications bei Utilities, gibt es eine Applikation, die nennt sich Terminal. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der deutschen Version heißt. Hallo? Noch ein paar Besuche. In der deutschen Version heißt es wahrscheinlich ähnliche, entweder auch Terminal oder Terminal-Programm oder Konsole. Das heißt meistens so. Auf Linux-Systemen findet man es unter einem ganz ähnlichen Namen. Da heißt es auch meistens Terminal oder Shell oder Command-Line unter Umständen, Konsole, irgend sowas in der Richtung heißt es meistens. Bei Windows findet man es auch. Das heißt auch Eingabeaufforderungen in der deutschen Version, Command-Line in der englischen Version, neuerdings gibt es auch die PowerShell bei neuen Versionen von Windows. Also es gibt überall immer solche Terminals, wo man Python starten kann. Und das geht ganz einfach mit Python. Enter, dann kriegt man da auch im Prinzip dieselbe Anzeige, die wir an der Webseite gesehen haben. In dem Fall Python Version 2.6.1. Und ich zeige dir noch gleich vor, wie man es als Textdatei, wie man ein Python-Programm so schreibt, dass das da direkt ausgeführt werden kann. Das heißt, hier kann ich jetzt dasselbe machen, wie auch auf der Webseite. Da kann ich genauso zum Beispiel print hello world eingeben, mit oder ohne Klammer, Python 2.6. Da kriege ich ganz einmal die Ausgabe. Das ist also ein interaktiver Interpret und genauso kann ich auch Python-Programme ausführen. Ah ja, das heißt hier exit null. Ich zeige es mal mit einem Textdatei davor, wenn ich jetzt eine Datei erstelle und die einfach nenne, zum Beispiel hello world.py. die Endung kann man dann auf den Systemen festlegen. Meistens für Python ist es py. Kommt aufs Betriebssystem an, ob das jetzt zwingend notwendig ist oder nicht. Also am Apple wäre es jetzt egal, aber ich mache es jetzt mal so. Und wenn man das Ganze im Textdatei davor schreibt, ist normalerweise die erste Zeile ein Hash-Sign und ein Rufzeichen und dann kommt dahinter, und das zählt nur, es funktioniert nur auf Unix-Systemen. Das heißt, es geht am Apple und auf Mac OS X funktioniert es auch. Mac OS X, ich meine am Apple, und auf Linux funktioniert es auch. FreeBSD und so weiter, auf allen diesen Systemen geht es. Auf Windows funktioniert es ein bisschen anders. Also man schreibt diese Zeile normalerweise trotzdem rein, damit diese Python-Programme eben überall ausführbar bleiben. Aber dieser Pfad, der da dahinter kommt, das ist normalerweise dort, wo dieser Python-Interpreter liegt, der wird eben angegeben. Das heißt, jetzt mal kurz lernen. Ich hoffe, man hört es nicht so laut auf der Aufnahme. aber es ist leider gerade ziemlich ein Lärm draußen. Das heißt, diese erste Zeile sorgt dafür, dass das Betriebssystem dann den Python-Interpreter findet, wenn man die Datei ausführt. Auf Windows ist es so, dass man normalerweise in der Eingabeaufforderung das Python vorher angeben muss. Also man sagt Python und dann den Dateinamen vom Programm, das man ausführen will. Dann kriegt man es auch ausgeführt. Und wenn man dann diese Datei zuordnungen gesetzt hat in Windows, dann kann man es wahrscheinlich im Windows Explorer auch anklicken und es läuft dann durch in der Kommandozeile. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Also das müsste man dann ausprobieren. Windows auf jeden Fall funktioniert es in der Kommandozeile mit Python davor, Python und dann den Programmnamen. Ich zeige dann gleich beides vor. Also das sowohl das Ausführen direkt von der Datei, so wie es auf Mac OS X oder Linux oder FreeBSD auf allen Unix-Systemen im Prinzip funktioniert. Und auch wie es funktioniert, wenn man das Python vorher manuell ausführt. Und ich schreibe da eben ein Statement rein. Das ist halt auch wieder das PrintTellerWord. Fertig, dann steiche ich das ab. Und wenn ich es mir jetzt anschaue, schaut die Datei also einfach so aus. Es sind nur diese zwei Zeilen und eine Leerzeile dazwischen. UserPython, PrintTellerWord. Das Python liegt in dem Fall eben hier. Das ist also auch einfach eine Datei. Das ist dieser Dateipfad. Auf Unix-Systemen schaut das so aus. Auf Windows ist der eben C, Doppelpunkt, Wechselschmerz, Doppelpunkt, Wechselschmerz, Laufwerk und so weiter. Sieht ein bisschen anders aus, funktioniert aber genauso. Und was auch auf den Unix-Systemen wichtig ist, ist, dass es ausführbar ist. Das heißt, dieses X hier muss da sein. Falls es fehlen sollte, gibt es den Kommando Change Mode, das die Berechtigungen setzt. Da kann man es dann entweder symbolisch angeben, U plus X, G plus X, O plus X und dann eben die Datei in dem Fall, also dieses Hello World. Ich zeige es vielleicht vorher noch kurz an, damit man sieht, wie es jetzt aussieht, weil normalerweise hat es das nicht gesetzt. Also was man hier sieht ist, es ist jetzt momentan, RRW ist Read&Write, das ist lesbar und schreibbar, aber es ist nicht ausführbar. Und wenn ich es hier eben direkt ausführen will, ohne dass ich Python davor schreibe, dann muss ich es ausführbar machen. Dafür gibt es eben dieses Change Mode. Ich habe es jetzt vorhin nur auskommentiert, das heißt, wenn ich will, dass es wirklich durchläuft, muss ich diese Raute da wegnehmen und dann kriege ich da dann eben das X dazu. Jetzt ist es ausführbar und dann kann ich eben ganz normal Hello World und wichtig bei den Unix-Systemen Punkt und Slash davor, weil er sonst sagt, er findet es nicht. Punkt und Slash, das ist das aktuelle Verzeichnis, das muss ich eben dazu sagen. Und dann kann ich es direkt ausführen. Und die andere Möglichkeit, und das ist die, die auch auf Windows funktioniert, ist Python und dann, da kann man es dann direkt so eingeben, Hello World.py da so geht es auch. Also das geht auf jeden Fall. Da ist auch egal, ob das Hello World ausführbar ist oder nicht. Also ich kann es jetzt mal zu Demo-Zwecken hier wieder wegnehmen. Change Mode. Ich mache es jetzt mit der schnelleren Variante, muss man sich nicht merken. Also jetzt ist das X wieder weg. Die Datei direkt kann ich jetzt nicht ausführen. Wenn ich es probieren würde, dann sagt er mir das Permission Deny, also ich darf es nicht ausführen. Aber wenn ich den Python-Interpreter direkt starte und Hello World dahinter angebe, dann ließ der Python-Interpreter ganz normal das Text oder ein und führt es aus. Also das ist die einfache Variante. Wenn man es sich bequem machen will, dann geht es so. Wie gesagt, diese letzte Variante, Python Hello World, das funktioniert auch bei Windows. Die andere Variante leider nicht. Also das ist in dem Fall eine Funktion, die es eigentlich auf den Unix-Systemen gibt. Damit haben wir also auch eigentlich schon geklärt, wie das Ganze aussieht, wenn man es nicht nur interaktiv da in diesem Interpreter ausführt, sondern man kann es auch als Textdatei schreiben und dann immer wieder ausführen. Das kann man hier auf der Webseite auch im linken Bereich machen. Und ihr könnt es auch gerne im Texteditor vorschreiben und dann immer mit Copy-Paste einfügen. Das ist vielleicht einfacher, weil man kann es dann auch speichern. Übrigens, die Beispiele, die ich heute durchmache, also alle diese Programmierbeispiele, die wir uns anschauen, die habe ich auch bei mir vorliegen. Es gibt eine Demo jeweils von diesen Programmen und falls die nachher wer haben möchte, diese ganzen Programmierbeispiele, schicke ich die gerne zu. Also auch gerne diese Slides, die Präsentation zu der ganzen Geschichte und eben auch diese Python-Programme. Also falls die wer haben möchte, einfach nachher ein E-Mail an mich. Ich gebe gerne die E-Mail-Adressen her. Vielleicht kann man die dann auch im Video entsprechend einblenden, wo man sich melden kann. Oder ich schreibe es nachher einfach, ich schreibe es auf einen Slide und zeige es nachher her. Und wenn man mir eine E-Mail schreibt, kann man gerne diese Programme haben. Man muss es nicht unbedingt speichern, wenn man sich damit nicht so lange aufhalten möchte mit dem Kopieren in Texteditoren. So. Ja, machen wir vielleicht gleich weiter, indem wir da auf der linken Seite schreiben. Und ich mache da korrekterweise gleich immer das erste Zeile dazu. Und das Schöne ist, wenn man dann nach rechts fährt, sieht man da diesen Pfeil, das dient dann immer zum Ausführen. Das heißt, ich kann hier mein Python-Programm schreiben und ich schreibe da jetzt mal wieder so eine Schleife rein. Das heißt, machen wir vielleicht noch mal da diese etwas weniger wahnsinnige Geschichte mit dem, mit dem Shining. Mit dem Shining. Und ich fange da jetzt mit einer While-Schleife an. Also Y ist 1. Dann kommt in die nächste Zeile While Y und Kleiner 20. Dann rückt mir das auch schon automatisch ein. Und dann schaue ich den wieder rein. Print. Und jetzt mache ich da gleich mehrere Instruktionen. Das ist dann einmal Print Y. Dann schaue ich nach Print. Und dann schaue ich noch einen Zähler. Und jetzt kann ich unterhalb von dieser Schleife diese Einrichtung wegnehmen und ohne, dass es eingerückt ist, direkt weiterschreiben. Und da schreibe ich vielleicht halt einfach noch mal ihn zum Print-Stickment hin. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man das laufen lässt. Das heißt, man klickt da dann ganz oben ganz einfach auf diesen Pfeil nach rechts. Dann wird das darüber übertragen. Und wir sehen, jetzt haben wir eben genau diesen Effekt. Es fängt mit 1 an. Ich werde einmal so nachschauen. Und es läuft eben immer alles das durch in der Schleife, was eingerückt ist. Und erst ganz zum Schluss, wenn die Schleife fertig ist, dann kommt auch das, was hinter der Schleife dann nachkommt. Das heißt, die Schleife betrifft alles. Diese Weil-Anwendung wirkt auf Weil-Anweisung oder Statement. Das wirkt auf alle anderen Statements drunter, die eingerückt sind. Das heißt, das Python benutzt die Einrückung, um festzustellen, was alles noch in die Schleife dazugehört und was nicht mehr. Bei anderen Programmiersprachen ist das meistens anders. Das ist eine Eigenheit von Python. Bei den meisten Programmiersprachen ist es so, dass es entweder mit Klammern gelöst ist oder mit anderen Keywords. Also in Pascal zum Beispiel hat man zuerst gesehen, gibt es die Keywords Beginn und End, die angeben, wo ein Block, das nennt man auch Block, also dieser Block, der in der Schleife immer wieder durchläuft, wo so ein Block beginnt und wo der endet. In C oder in Java sind es geschwungene Klammern beispielsweise. Also das ist je nach Programmiersprache verschieden, aber dieses Prinzip gibt es in fast allen Programmiersprachen. Bei Python geht es eben rein über die Einrückung. Also man sieht sozusagen an der Struktur des Programms, was dann jeweils zu welchem Zeitpunkt durchläuft. Und ganz zum Schluss kommt eben das Hello World by the way. So, dann machen wir da vielleicht in der Schleife noch etwas ganz anderes und bauen wir unsere nächste Anweisung hier ein. Und das ist IF, eine der allerwichtigsten. Ohne der wird wahrscheinlich kein Programm so richtig gut funktionieren. Also IF, man kennt schon am englischen Wort, wenn, damit lässt sich eine Bedingung formulieren, wo man sagt, wenn ein bestimmter Ausdruck zutrifft, dann soll ja das Bestimmtes passieren. Und ich zeige es jetzt einfach mal her, indem ich sage, IF Y gleich 10, da kommen wir irgendwann mal vorbei, weil das zählt von 1 bis 19 durch. Und ich sage mal, wenn es 10 ist, dann will ich da eine ganz andere Ausgabe haben. Und zwar, da schauen wir mal rein, vielleicht bauen wir das, vielleicht bauen wir da irgendwas lustiges zwischendurch ein. Who is Jack, for example. Das heißt, nur wenn es, wenn 10 vorbei kommt, dann kriege ich dann diese Ausgabe Who is Jack. Und auch hier ist es wieder eingerückt. Das heißt, auch hier stellt Breiten wieder anhand der Einrückung fest, was alles in dem Print hier passiert, in dem IF hier passiert. Also, wenn Y 10 ist, dann führt es diese eine Zeile aus und wenn es nicht 10 ist, dann ignoriert es das ganz einfach. Also dann passiert da nichts. Das probieren wir uns auch einfach mal aus, dass wir durchlaufen. Und man sieht es hier schon, es ist eigentlich sonst immer wieder dasselbe passiert, es zählt da ganz mal durch, also geht von 1 los, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 11, 13, 14, 15. Nur bei 10 ist eben dieser eine Satz mehr da, aufgrund dieser Bedingung, die ich da geschrieben habe. Und eben auch das 10 und das All work and no play. Und das lässt sich jetzt eben auch umformulieren, so dass ich dann entweder oder machen kann, das heißt, es gibt auch ein else zu dem IF. Also ich kann sagen, wenn eine bestimmte Bedingung zutrifft, dann will ich, dass eine bestimmte Sache passiert, wenn sie nicht zutrifft, dann will ich, dass was anderes passiert. Also da kann man so ein entweder oder formulieren. Bauen wir das mal ein bisschen um. Und zwar schauen wir jetzt mal, ob Y durch 2 teilbar ist. Da gibt es diese sogenannte Modul-Division. Und das Zeichen dafür, also der Operator ist das Prozentzeichen Y-Prozent 2 und der Vergleich ist ein doppeltes Ist-Gleichzeichen. Also das ist ein bisschen anders als in Mathematik. Ein Vergleich funktioniert nicht mit einem Ist-Gleichzeichen, sondern mit 2. Ein einzelnes Ist-Gleichzeichen ist eine Zuweisung. Das heißt, wenn ich schreibe, Y ist gleich 1, dann weise ich 1 an Y zu. Das heißt, Y bekommt den Wert 1. Wenn ich schreibe, Y ist gleich Ist-Gleich-Eins, also mit 2 Ist-Gleichzeichen, dann ist es ein Vergleich. Also dann kriege ich das Ergebnis, ja oder nein, je nachdem, ob Y1 ist oder nicht. Und diese Modul-Division, ich glaube, das wird leider etwas sträflich behandelt in Mathematik, in den Schulen, von der hört man recht wenig. Aber die Modul-Division ist im Prinzip einfach das, was bei einer Division als Rest übrig bleibt. Also wenn es durch 2 teilbar ist, dann ist der Rest 0. Wenn es nicht durch 2 teilbar ist, dann ist der Rest 1. Der größeren Zahl ist dann eben etwas Größeres. Also wenn ich Modul-Dividiere durch 15, dann, wenn es durch 15 teilbar ist, kriege ich 0 raus. Wenn es durch 15 nicht teilbar ist, kriege ich eben den Rest raus. Also eben das von 0 bis 14, von 1 bis 14. Und dafür kann man diese Modul-Division ganz gut benutzen. Die werden wir heute noch öfter sehen, die braucht man recht oft. Und was ich jetzt hier umfabulieren möchte, ist, ich möchte das L-Keyword hier einführen. Und diese C-Geschichte, da lösche ich einmal raus. Dafür rücke ich dieses Print da unten ein. mit 4 Spaces. Also so, dass das genau in derselben Fluchtlinie steht, wie das Print drüber. Und was ich jetzt damit bewirken will, ist, dass immer wenn eine gerade Zahl vorbeikommt, also eine, die durch 2 teilbar ist, dann will ich sehen, who is Jack? Und wenn es nicht durch 2 teilbar ist, dann will ich sehen, all work and no play makes Jack it all. Wobei. Das sind die 2 Dinge, die ich da sehen will. Und dann ganz zum Schluss eben noch unser Hello World by the way durchlaufen. Schauen wir mal, ob das funktioniert und wie das aussieht. Also das ist jetzt das Ergebnis, wenn man es ausführt. Man sieht also, das läuft jetzt immer abwechselnd durch. Also entweder läuft das Print durch mit dem who is Jack oder es läuft das Print durch mit dem all work and no play. Je nachdem, also dadurch, dass es jetzt eben durch 2 teilbar ist, hat man das abwechselnd das Stehen. Wenn wir es jetzt hier mal verändern zum Beispiel und ich schreibe da statt dem 2 einen 3er rein, dann hat es eben den Effekt, dass das nur jede dritte Zeile vorbeikommt und nicht jede zweite, logischerweise. Also immer dann, wenn es durch 3 teilbar ist, kriege ich who is Jack anstatt all work and no play. Das sind diese if conditions. Soweit alles klar? Dann können wir uns da eigentlich auch schon unserem ersten Programm widmen. Zum ersten Fortgeschritteneren. Jetzt wissen wir nämlich alles, was man für dieses sogenannte Fizbus brauchen kann. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel im Prinzip. Und ich zeige euch vorher noch kurz etwas anderes. Das Import Statement, das ist immer ganz praktisch. Mit dem Import lassen sich bereits vorprogrammierte Bibliotheken in das Python-Programm importieren. Das heißt, da hat schon mal irgendwer sich hingesetzt und eine Menge Funktionen geschrieben, die man dann einfach nur benutzen braucht. Und tatsächlich ist es so, dass bei vielen Programmen, die heute so alltäglich sind, also alles, was man da jetzt zum Beispiel in einem Webbrowser sieht, das wird natürlich nicht jedes Mal alles neu geschrieben, sondern da gibt es eine Menge sogenannte Libraries oder eben auf deutsche Bibliotheken, die schon Programmfunktionen enthalten, die man immer wieder braucht. Also beispielsweise Funktionen, die Text am Bildschirm ausgeben. Da steckt in Wirklichkeit sehr viel Code dahinter, der viel Arbeit machen muss, Arbeit übernehmen muss, zum Beispiel das Umwandeln von numerischen Werten, so wie sie der Computer in seinem Speicher verarbeitet, in eine lesbare Form, also in Buchstaben im Endeffekt. Die Ziffern sind also für den Computer im Prinzip auch nicht direkt verarbeitbar, so wie wir sie am Bildschirm sehen, sondern das sind eigentlich Buchstaben für den Computer, kann man nicht unterscheiden und das muss immer zuerst mal hin und her umgewandelt werden. Das Schöne daran ist, das muss man nicht jedes Mal selber programmieren, sondern da gibt es eben schon Libraries und eine der ganz wichtigen Libraries in Python ist Sys, das heißt, das importiert Systemfunktionen und eine davon ist eben Eingabe und Ausgabe, das heißt, auf modernen Computern hat man im Gegensatz zu dem, was man da in den 60er Jahren gehabt hat, wo man eben noch in Lochkarten gestanzt hat, heutzutage hat man eben schon Software auf dem Computer laufen, das heißt, man hat ein Betriebssystem, eine Menge dieser Libraries, die man zum Programmieren verwenden kann und da stellt schon eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung, die man dann verwenden kann und zum Beispiel Input und Output, also Eingabe und Ausgabe sind schon Funktionen, die das Betriebssystem Programmen zur Verfügung stellt, das heißt, das Betriebssystem sorgt dafür, dass alles das, was ein Programm an Daten ausgibt und alles das, was es an Daten bekommen will, dass das den Weg findet, einerseits vom Benutzer, der auf der Tastatur schreibt, in den Input vom Programm, also in irgendeine Input-Funktion dort und alles, was das Programm ausgibt, da sorgt auch das Betriebssystem dafür, dass das eben zum Beispiel auf einem Textbildschirm landet oder beispielsweise, wenn dann auf dem Betriebssystem auch noch eine grafische Benutzoberfläche läuft, dann sorgt es eben dafür, dass das dorthin weitergeleitet wird und die grafische Benutzoberfläche sorgt dann dafür, dass das im richtigen Fenster ausgegeben wird, beispielsweise. Und diese Sys-Bibliothek enthält Funktionen, die es ermöglichen, diese sogenannten Streams zu benutzen von einem Betriebssystem. Und diese Streams sind die Ein- und Ausgabe-Kanäle von einem Programm. Und bei fast allen gängigen Betriebssystemen gibt es davon immer drei. Das ist der Standard-Input, nennt sich der. Das ist das Standard-Eingabe-Kanal. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinem Python-Programm was eingeben will, dann kann ich mein Python-Programm so schreiben, dass es immer von diesem Standard-Input liest. und das Betriebssystem sorgt dann dafür, dass das, was ich auf der Tastatur schreibe, eben beim Standard-Input von diesem Programm landet. Und genauso gibt es den Standard-Output. Das ist eben das, was wir jetzt schon die ganze Zeit verwendet haben mit dieser Print-Anweisung. Print schreibt immer einfach auf den Standard-Output. Und das Betriebssystem sorgt eben dafür, dass dieser Standard-Output irgendwo landet, wo man das dann tatsächlich lesen kann. In unserem Fall eben zuerst mal wird weitergeleitet an die grafische Benutzungsoberfläche. dort eben an das Programm, in dem ich gerade bin, in dem Fall an den Webbrowser. Und der sorgt dafür, dass das da eben in dem Fenster von dem Webbrowser landet und lesbar wird. Da gibt es dann noch einen dritten Kanal, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Der heißt Standard-Error-Output. Der landet im Prinzip in den meisten Fällen auch im Bildschirm. Das heißt, da ist eigentlich noch eine Funktion vorgesehen im Betriebssystem, die es erlaubt, dass man Fehlermeldungen oder Meldungen, die nicht in der normale Ausgabe von einem Programm dazugehören, dass man die rausfiltern kann. Das heißt, man kann das auftrennen. Wenn man das nicht tut, landet es einfach beides normalerweise am Bildschirm oder im jeweiligen Terminal-Fenster. Aber was ich erreichen möchte, ist, im Gegensatz zu dem Print, das wir da immer benutzt haben, möchte ich eine Funktion haben, die nicht nur zeilenweise schreiben kann, weil alles, was ich dann in den Print eingebe, kommt ja immer in einer ganzen Zeile daher. Also, wenn ich ein zweites Print mache, steht es in einer neuen Zeile. Ich zeige es vielleicht hier mal kurz vor. Das Hello und das World ist ja sehr beliebt. Und wenn ich zwei Prints mache und es da aufteile, dann kriege ich es in zwei Zeilen. Ich will es aber eigentlich in einer Zeile haben. Und das geht eben mit dem Print schlecht. Darum importiere ich mir das Sys und da gibt es eine Funktion, die nennt sich Sys, so fängt es an. Also, damit gebe ich an, dass ich diese Bibliothek jetzt meine und daraus eben eine Funktion oder eine bestimmte Variable, eine bestimmte Klasse oder so, was ich verwenden will. Das ist irgendetwas, was eben in Sys schon definiert ist und in dem Fall ist das eben std.out. Das ist dieser Standard Output, von dem ich vorhin gerade erzählt habe. Und dann kommt nochmal ein Punkt und dieser Standard Output stellt eben eine Menge Funktionen zur Verfügung und die wichtigste davon ist Write und die funktioniert ganz ähnlich wie das Print. Also ich schreibe da eben davor Sys.StandardOut oder std. Das ist halt so ein bisschen abgekürzt. std ist hier die Abkürzung für Standard. Punkt Write, dann kommt auch wieder die Klammer, Anführungszeichen und dann kann ich da im Prinzip dasselbe machen mit dem Print und ich schreibe das hier auch zweimal untereinander und zeige euch den Unterschied hier. Das Sys.StandardOutWrite macht nämlich keinen Zeilenumbruch. Das heißt, jetzt habe ich das Hello und das World von den beiden Sys.StandardOutWrites in derselben Zeile und sogar noch das Hello von dem Print weil das eben überhaupt keinen Zeilenumbruch macht und erst das Print macht dann einen Zeilenumbruch und das ist immer dann praktisch wenn ich eben mehrere Worte erst zusammensetzen will bei der Ausgabe. Das heißt, ich möchte in mehreren Teilen verschiedene Worte in derselben Zeile haben. Darum verwende ich ab jetzt nicht mehr das Print sondern ich verwende lieber das Sys.StandardOutWrite weil man damit eben mehr machen kann. Wenn ich jetzt diesen Zeilenumbruch doch haben möchte gibt es da hinten so sogenannte Escape-Sequenzen die werden immer mit einem Backslash eingeleitet das ist dieser Querstrich in der falschen Richtung also der normale wäre dieser hier hoppla der da das ist der falsche wir brauchen den verkehrten den hier und dahinter kommt dann ein N für New Line das heißt da wo so ein Backslash kommt hat dann der Buchstabe der dahinter kommt eine besondere Bedeutung und in dem Fall bedeutet der New Line das heißt da will ich einen Zeilenumbruch haben wenn ich das jetzt ausführe kriege ich ganz einmal ein Hello World und dahinter kriege ich diesen Zeilenumbruch wo es dann in der nächsten Zeile weiter geht das heißt wenn ich es jetzt zweimal untereinander schreibe dann habe ich eben zweimal Hello World untereinander weil da eben immer ein Zeilenumbruch drinnen ist funktioniert das im Endeffekt mit dem Zeilenumbruch wenn man den dahinter reinschreibt funktioniert es wieder wie ein Print nur eben mit dem Vorteil dass ich es auch ohne verwenden kann das werden wir jetzt gleich anwenden jetzt kommt nämlich unser erstes Programm das dann gleich mehrere von diesen Ifs also die Conditional Ausführung von Blöcken verwendet in einer Schleife gleich mehrere davon und zwar die Aufgabe ist eben dieses Fiz-Pass was ist dieses Fiz-Pass das ist eben diese Aufgabe die an Studenten gestellt worden ist und die lautet so man soll eine Funktion schreiben die eben von sagen wir mal 0 bis 29 in unserem Fall durchläuft und die gibt normalerweise immer den Wert von dem Zähler aus so wie wir das zuerst schon gemacht haben also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter aber mit zwei Ausnahmen eigentlich drei Ausnahmen die eine Ausnahme ist immer wenn es durch drei teilbar ist gibt es die Zahl nicht aus aber gibt Fiz aus immer wenn es durch fünf teilbar ist gibt es die Zahl nicht aus aber gibt Pass aus und der dritte Fall ist beides zusammen also wenn es durch drei teilbar ist und durch fünf teilbar ist dann schreibt es Fiz-Pass und daher kommt der Name von diesem Programm das werden wir jetzt mal versuchen gut hinzubekommen und da fangen wir jetzt mal an mit so einer Vorschleif wieder wir müssen irgendwie von 0 bis 30 zählen ich nenne es mal einfach vor Num wie Number in Range 0,30 das hat man ja schon und jetzt stellt sich eben die Frage was machen wir da das eine haben wir ja schon gesehen also das feststellen ob man durch drei teilen kann ist diese Modulo-Division wenn es 0 ist kann ich durch drei teilen dann kommt da eben Sys-Standard-Out-Right und da schreibe ich jetzt einfach mal nur Fiz aber ohne Zeilenumbruch weil es könnte sein dass noch Pass hinten nachkommt und das möchte ich nicht in der nächsten Zeile stehen haben sondern dasselben und mit 5 funktioniert es ja ganz ähnlich das ist Pass und dann stellt sich die Frage welche Bedingungen brauche ich jetzt damit ich wenn es weder durch drei noch durch fünf teilbar ist auch die Zahl ausgegeben bekomme also was muss ich da jetzt machen da stelle ich jetzt mal die Frage in die Hunde ob irgendwer eine Idee hat wie ich jetzt dafür sorge dass wenn es eine Zahl ist die weder durch drei teilbar ist noch durch fünf teilbar was muss ich dann tun welche Bedingungen muss ich hier formulieren damit damit ich dann eben nur wenn das zutrifft die Zahl ausgeben kann das Els das geht in dem Fall schwer weil das Problem ja ist dass das das erste if hier schon durchgelaufen ist also ich müsste da zweimal ein Els einbauen sozusagen aber dann habe ich zwei Blöcke und der eine weiß vom anderen nichts also ich kann hier sagen wenn es nicht durch drei teilbar ist dann habe ich da mein Els aber dann weiß ich noch nicht ob es durch fünf teilbar ist also das ist jetzt ein bisschen schwieriger ob größer als null ist ist mal richtig also wenn es wenn es nicht null ist dann ist es nicht durch drei teilbar oder nicht durch fünf teilbar das stimmt genau also wir sind da schon im richtigen Weg man muss also eine Art und-Operator haben der sagt wenn eine Bedingung zutrifft und eine andere Bedingung zutrifft das ist der richtige Ansatz den gibt es ja auch das heißt was ich jetzt da unten machen kann ist ich sage wenn die Zahl Modulodivität durch drei nicht null ist und da haben wir auch schon diesen nicht nichtgleich-Operator das heißt Rufzeichen ist gleich bedeutet nichtgleich das heißt ich sage wenn es nicht durch drei teilbar ist und dann gibt es das Keyword End damit kann ich zwei Bedingungen verknüpfen dann kann ich eben sagen End 0% 5 gleich ungleich 0 das heißt nur wenn es nicht durch drei teilbar ist und nicht durch fünf teilbar ist dann will ich eben die Zahl ausgegeben haben und da stoßen wir jetzt auch ein bisschen auf eine Sache die etwas komplizierter wird weil wir wissen die Zahlen sind NUM und mit Print war es jetzt noch einfach Print nimmt alles mögliche das ist so eine in Python eingebaute Funktion die zum Beispiel auch die Zahlen ausgeben kann ich probiere das jetzt einfach mal mit sys standout right und sage ich will da die Zahl ausgeben und was wir dann noch außerhalb von all diesen Conditions machen müssen ist wir brauchen noch den Zeilenumbruch das heißt was das Programm jetzt macht ist es gibt entweder Fizz aus oder Pass aus oder vielleicht gibt es auch Fizz Pass aus wenn es keins von beiden ausgibt dann gibt es die Zahl aus und am Ende von der Zeile in jedem Fall also egal was es vorher geschrieben hat aber zum Schluss kommt immer ein Zeilenumbruch der steht also da in keiner Bedingung drinnen sondern der hat die gleiche Eindrückung wie die Ifs der kommt also bei jedem Schleifendurchlauf einmal vor aber sonst unabhängig davon ob der irgendeine von diesen Bedingungen zutrifft so jetzt werden wir gleich feststellen dass das noch nicht funktioniert da kriegen wir auch das erste Mal einen Fehler zurück und zwar bekommen wir da jetzt den Fehler File und da erwähnt er auch diesen Standard-In wieder das ist das was der Browser da intern benutzt in der Zeile 11 also das ist hier da haben wir die Fehlermeldung bekommen da sagt er jetzt Type Error Expected Character Buffer abgeschickt klingt jetzt einmal sehr kompliziert aber was uns damit eigentlich mitteilen will ist dieser Type Error bedeutet immer dass ihm dieser sogenannte Datentyp den ich vorhin schon einmal bei der Einführung erwähnt habe dass ihm der nicht gefällt und das ist eben jetzt der Fall den ich vorhin auch kurz angesprochen habe dieses Noom enthält ja so wie es wir bis jetzt gesehen haben eine Zahl das heißt das zählt da von 0 bis 29 durch aber dieses System der Write erwartet da jetzt eben keine Zahl sondern das erwartet Text das heißt der Computer unterscheidet intern tatsächlich zwischen Zahlen und Text der Speichert diese Zahl also nicht in einem Format wie es wir lesen können sondern eben die liegt im Speicher in einem sogenannten binären Format herum und ist nicht direkt ausgebbar das heißt was man jetzt bei Python machen muss obwohl Python bis jetzt das selbst immer herausgefunden hat was meine Variable da für für einen Datentyp gehabt hat oder das Print beispielsweise das hat das selber festgestellt das hat sowohl den Text ausgegeben als auch die Zahlen umgewandelt und ausgegeben aber bei dem System der Write geht das nicht das will immer Text haben was ich jetzt machen muss ist ich muss dem Python sagen dass ich das umgewandelt haben möchte auf Text und da gibt es einen Datentyp der nennt sich String und abgeklüßt wieder mit Str und da brauche ich jetzt immer diese Doppelklammer das heißt ich sage ich will eine Umwandlung von diesem Num also diese Variable Num soll umgewandelt werden auf den Datentyp String und erst dann will ich sie ausgeben also ich kann mit Klammern so verschachteln das heißt dass in der inneren Klammer diese String mit dem Num das Num ist das Argument für das für diese Str-Funktion hier das ist eine eingebaute Funktion in Python und erst wenn das fertig ist dann machst du das was da in der äußeren Klammer kommt und jetzt soll es auch funktionieren schauen wir mal was es jetzt tut genau jetzt haben wir das Ergebnis das wir eigentlich haben wollten also wenn es durch 3 teilbar ist kriege ich Fizz und wenn es durch 5 teilbar ist kriege ich Pass da wieder Fizz Fizz Pass 15 ist durch 3 und durch 5 teilbar dann kriege ich Fizz Pass und so weiter bis 29 und jetzt schafft es auch diese Zahlen auszugeben klingt es logisch so weit ok dann machen wir gleich ein bisschen mehr mit diesen Schleifen das ist ja so dass man eigentlich immer darauf achten möchte dass man das möglichst gering heute da so steht richtig aber ich mir sage das ist ein dritter Wesen und der Sinn dahinter ist eigentlich wenn durch 3 oder 5 teilbar ist Fizz Pass dass ich vielleicht eine vierte Sitzung einbauen was dann umsonst ist eigentlich das sind beide Konditionen zukünftigen also Modular 3 und 5 ist jede Sol die Fizz Pass aus in Form von Worten genau also was man machen kann ist man kann es natürlich ganz unterschiedlich formulieren man könnte oben schon einmal eine Bedingung einbauen wo man sagt wenn es durch 3 teilbar ist und durch 5 teilbar ist dann will ich Fizz Pass haben ich kopiere das da einfach mal da rüber und schaue nach Pass dahinter und ich will da diese Wertzeichen hinten loswerden vor allem nicht wo die herkommen und da muss ich natürlich dafür sorgen dass das darunter nicht nochmal Fizz und Pass ausgibt weil es ist trotzdem immer noch durch 3 und 5 teilbar muss ich da mein L einbauen das heißt wenn es nicht durch 3 und durch 5 teilbar ist das schlägt ja immer noch fehl wenn es nur durch 3 teilbar ist oder nur durch 5 teilbar ist also ich komme da immer in den Else Block rein und zwar in jedem Fall also wenn es nicht durch wenn es durchs einen nicht und durchs andere nicht teilbar ist oder wenn es nur durch 1 von beiden teilbar ist dann komme ich immer in diesen Else Block und im Else Block kann ich natürlich immer noch weitere Ifs schreiben und da dann auch mal sagen na gut wenn es nicht durch beides teilbar ist dann ist es vielleicht durch 3 teilbar oder durch 5 teilbar und dann will ich vielleicht nur Fizz oder Bass ausgeben muss ich da natürlich unten auch wieder also das kann ich jetzt immer im Prinzip so lassen diese Zahl unten wird dann eben nur dann ausgegeben da habe ich halt ein bisschen eine Verdopplung jetzt weil da frage ich eigentlich einmal ab ob es durch beides teilbar ist dann frage ich unten nochmal ab ob es nicht vielleicht nur durch 1 von beiden teilbar oder durch 1 von beiden teilbar ist also so geht es im Prinzip natürlich auch jetzt könnte man sich natürlich dann auch überlegen ob man diese Verdopplung noch irgendwie los wird also da gibt es tatsächlich sehr viele Beispiele wenn man da schaut im Internet gibt es ganze Webseiten die sich nur damit beschäftigen in welchen Variationen man dieses Fizz Pass schreiben kann gibt es ein paar Geeks sozusagen die sich nur damit beschäftigen wie man zum Beispiel die Verdopplung von diesen Vergleichen los wird kann man machen wie gesagt da sieht man es auch wieder man kann dieselbe Funktionalität auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen lösen je nachdem was man erzielen will also es ist auch so ein bisschen ein Widerspruch ob man eine sehr effiziente und schnelle Implementierung haben will also ob man will, dass das Programm mit möglichst wenig Code geschrieben wird oder dass es möglichst schnell läuft oder ob man zum Beispiel sagt es ist wichtiger, dass es sehr gut lesbar ist und danach richten sich auch manche manche Coding Style Guides beispielsweise also es gibt in vielen Programmiersprachen vor allem wo man es oft sieht es in C gibt es Konstrukte die zwar ein bisschen Schreibarbeit einsparen also man kann da sehr schnell irgendwas hinschreiben aber die sind halt auch etwas gefährlicher als andere Konstrukte also man kann es auf verschiedene Arten und Weisen schreiben man kann es entweder so schreiben dass es unwahrscheinlich ist, dass man da einen Fehler einbaut oder man kann es auf die schnelle Art und Weise schreiben dann ist halt die Gefahr größer dass man das, wenn man da dran herumeditiert später mal was kaputt macht und da richten sich eben manche Coding Style Guides genau danach die sagen zum Beispiel man sollte dieses und jenes Konstrukt nicht benutzen weil eben die Gefahr besteht dass man da irgendwann mal einen Fehler einbaut und bei Python ist es so dass die Idee wie die Sprache aufgebaut ist eigentlich schon versucht hat viele gängige Fehler aus anderen Programmiersprachen also so typische Fallen sozusagen zu vermeiden und meiner persönlichen Meinung nach ist das teilweise geglückt teilweise hat es auch ein bisschen den Effekt gehabt dass manche Konstrukte bei mancher Art der Anwendung sogar ein bisschen ungeschickter sind als bei Sprachen die normalerweise gefährlicher sind also was man oft sieht in Python zum Beispiel ist das Konstrukt While True also eigentlich eine Dauerschleife die dann nur irgendwo abgebrochen wird mit einer Bedingung und das ist halt so ein Konstrukt das auch so gewisse Gefahren mit sich bringt und in anderen Programmiersprachen wird das eben durch die Möglichkeit vermieden oft dass man gleichzeitig in dem Ding was hinter While kommt also in diesem Ausdruck dahinter dass man gleichzeitig eine Zuweisung und einen Vergleich machen kann und das darf man in Python nicht also man kann entweder eine Zuweisung machen oder einen Vergleich und nicht beides gleichzeitig und dadurch ist man halt gezwungen das While ein bisschen anders zu schreiben kann Vorder- und Nachteile haben das kommt davon wie man es sieht aber die Quintessenz ist man kann dieselben Konstrukte also dieselben Funktionen dieselben Ideen in verschiedenen Art und Weisen implementieren dann können wir gleich weitergehen zum nächsten Beispiel und das ist eigentlich das sozusagen das kleine 1x1 was macht man aber ist wenn man dieses kleine 1x1 haben will man fängt irgendwo an mein 1x1 ist ein bisschen Fahrt dann kommt 1x2, 1x3, 1x4 das heißt eigentlich ist es eine Schleife man kann also das 1x1 wenn man es komplett ausgeben will als Schleife betrachten und zwar in dem Fall von zwei Zahlen es fängt an eben mit allen Multiplikationen von 1 1x1, 1x2, 1x3, 1x4 und so weiter dann geht es weiter mit 2x1, 2x3, 4x4 und so weiter sondern man multipliziert jede Zahl mit jeder im Endeffekt jetzt ist die Frage wie löst man das mit Schleifen welche Ideen gibt es da also eine brauche ich auf jeden Fall das können wir uns ja schon denken ich fange mir mal einfach so an mit da gibt es mal einen Faktor gibt mir link den Faktor und ich nenne den einen mal weil x kleiner und man kann auch kleiner gleich schreiben dann hört es eben nicht bei 9 auf sondern erst bei 10 ich will ja dass von 1 bis 10 durchläuft so das typische kleine 1 mal 1 also das wäre mal mein Grundstock sozusagen irgendwo unten muss ich es nach hoch zählen x ist gleich x plus 1 oder mit der Kurzform x plus ist gleich 1 verwenden wir mal die jetzt also ich hätte mal so meine erste Idee ich habe mal eine eine Schleifmache aber die geht von 1 bis 10 jetzt muss ich halt das kann ich jetzt mal im Prinzip ausmultiplizieren für normal Result ist gleich 1 mal Faktor x dann habe ich da jetzt einmal mein Ergebnis kann ich auch ausgeben System.Write da brauche ich wieder die Umwandlung vom Result und ich kann da auch verketten das heißt ich kann da noch ein bisschen was dazu schreiben weil ich will ja eigentlich auch wissen was ich da gerechnet habe und nicht nur das Ergebnis sehen das heißt ich schreibe da 1 mal ich nehme das x und da will ich den Faktor sehen da will ich auch immer noch was dazu schreiben so jetzt wird es langsam ein bisschen lang und was man da machen kann ist man kann also in der nächsten Zeit dann weiterschreiben solange es in einer Klammer steht also alles was irgendwo eine offene Klammer hat kann ich dann in der nächsten Zeile dann weiterschreiben und das ist wahrscheinlich gescheiter wenn ich das so mache das ist so eine Standardform wenn man das normalerweise macht dass man weiß wo das dazu gehört gehört da zu dieser Klammer von dem Write dazu darum ist es da drunter daran ausgerichtet muss man nicht zwingend so machen aber so kann man es nachher auch noch lesen da machen wir es so und einen Zeilenamburg hätte ich noch gerne wenn ich das jetzt einmal ausführe schauen wir mal was überhaupt funktioniert momentan tut es gar nichts ich habe da nämlich Factor X die hätte ich natürlich richtig schreiben sollen so leicht kann es passieren wenn es mal nicht funktioniert so jetzt ergibt es Sinn also was es jetzt macht ist es macht eben eins mal die ganze Schleife aber die Frage ist jetzt ich will ja nicht nur eins mit allem multiplizieren sondern ich will ja zwei auch mit allem multiplizieren und dann drei mit allem multiplizieren und vier mit allem multiplizieren wie kriege ich das hin Frage an die Runde also welche Möglichkeit hätte man da dafür zu sorgen dass nicht nur eins mal eins eins mal zwei eins mal drei zwei mal eins mal vier und so weiter passiert sondern dass danach das ganze nochmal losgeht mit zwei zwei mal eins zwei mal zwei zwei mal drei zwei mal vier und so weiter also das erste was ich wenn ich mal als Tipp verrate ist ich brauche eine zweite Variable fängt wahrscheinlich auch bei eins an damit das ganze hier sich überhaupt ändern kann weil sonst habe ich ja fix drinnen diesen Einser stehen also irgendwie muss ich mal dafür sorgen dass da ein Faktor Y auch da ist der mit dem Faktor X multipliziert wird und dieser Faktor Y muss sich auch irgendwie ändern dafür muss ich jetzt auch irgendwie sorgen die Sauberkeit kann sich mal auch gleich hindern bitte die Sauberkeit oder gehört das eins mal auch gleich hindern ja richtig genau also das können wir da auch gleich machen an der selben Stelle da gehört natürlich dann auch gleich mal die Variable rein Faktor Y und jetzt wird es schon wieder lang und ich hätte das Y auch wieder gerne da alles bloß wieder gerne da oben machen wir das so schaut noch ein bisschen konsistenter aus wenn der Faktor Y muss sich ändern und wenn der Faktor X10 genau das ist schon einmal eine gute Idee das heißt ich kann wenn der Faktor X10 den Faktor Y und 1 zu gut setzen gibt es also das neue Sammeln kann man prinzipiell machen aber eins ist er ja schon also ich hätte eigentlich dann gerne Effekt Y2 also ich verrate es mal wie es klappt das sind in dem Fall es kommt noch eine Schleife dazu also es sind dann zwei Schleifen aber es sind nicht zwei Schleifen hintereinander sondern es sind zwei verschachtelte Schleifen das geht also auch also man kann eine Schleife in einer Schleife schreiben das ist in dem Fall was wir hier brauchen weil der Faktor Y der muss da natürlich auch irgendwo mal durchlaufen und zwar genauso der wird ja im Prinzip auch der muss immer maximal 10 werden und den muss ich da unten auch hochzählen Faktor Y plus ist gleich 1 und jetzt muss ich dafür sorgen dass diese innere Schleife in der äußeren Schleife drinnen steht und bei Python geht es eben durch ein Rücken das heißt da vier Spaces rein da vier Spaces rein da vier Spaces rein da vier Spaces rein dann in die Sauberkeit halber auch vier Spaces rein und das gehört noch in diese Schleife und das gehört noch in diese Schleife oben rein sonst läuft es nämlich außerhalb von dem Faktor Y also was es jetzt tun sollte ist es fängt bei beiden mit 1 an dann läuft diese äußere Schleife so lange bis es 10 ist und die innere Schleife so lange bis der Faktor X 10 ist innen multipliziert es dann eben Y mit X und ich bekomme dann jeweils all diese Parablen ausgegeben und dann läuft immer es läuft zuerst einmal rein bis in die innere Schleife dann läuft die innere Schleife 10 mal durch und wenn die fertig ist dann läuft die äußere Schleife wieder durch und die läuft dann wieder in die innere Schleife hinein so ein Problem haben wir da jetzt natürlich noch der Faktor X wird von selbst nicht wieder 1 also den muss ich natürlich auch umplatzieren hier ich muss natürlich dafür sorgen dass der Faktor X ich mache da Cut and Paste dass der Faktor X bei jedem Durchlauf von der inneren Schleife zuerst einmal auf 1 gesetzt wird sonst kriege ich da ein ganz komisches Ergebnis raus weil der fängt dann immer bei 10 an und dann läuft die innere Schleife gar nicht mehr durch das heißt so wie es jetzt aussieht sollte das eigentlich klappen schauen wir mal ein momentan Fehler haben oder ob das funktioniert schaut schon besser aus und jetzt können wir es noch schön formatieren das ist ein guter Einwand darum zeige ich euch auch gleich wie man mit diesem System oder Write auch noch formatieren kann das geht eigentlich mit allen diesen Texten also es gibt eine Möglichkeit das anders anzuschreiben als so weil in dem Fall habe ich da überall die jeweiligen Umwandlungen von den Zahlen auf Text und dann mit Plus die Textbausteine da zusammengehängt das ist ein bisschen umständlich da gibt es eine Funktion zum formatieren ich schaue es mal direkt drunter dass man es im Vergleich sieht und zwar kann man angeben es fängt immer mit einem Prozentzeichen an Prozent und was man da dann jeweils braucht da gibt es ziemlich viel davon und diese Art wie man schreiben muss ist etwas kompliziert aber man kann es nachlesen da gibt es eine Funktion die heißt Printf und man findet das ich schaue mal man findet es sogar auf Google meistens eine sehr lange Beschreibung davon was Printf alles kann Man ist kurz für Manual Printf da findet man das Beispiel was diese Funktion für alles kann es gibt auch eine Python-Dokumentation dazu also bei Python findet man es unter Formatieren von Strings und so weiter aber es ist sehr ähnlich zu dem was Printf macht im Endeffekt darum zeige ich jetzt mal das her die schaut so aus und da gibt es ja unten erstens viele Beispiele und dann eine sehr lange Beschreibung was diese ganzen Conversions nennt sich das Können da ist das also ellenlang beschrieben was man damit alles machen kann das ist eigentlich für die Programmiersprache C trifft nicht alles auf Python zu aber das meiste also man kann da wenn man ein Unix System hat kann man direkt am System nachschauen in den meisten Fällen da gibt es meistens eine Utility die das Printf heißt also wenn man wieder so ein Terminal nimmt ich mache den wieder ein bisschen größer dann kann man Marm Printf eingeben und kriegt da dann auch diese Seite zum Durchblättern wenn nicht zeige ich vielleicht auch gleich die Python-Dokumentation her da gibt es eine Seite die nennt sich docs.python.org sieht man es glaube ich leider nicht gut den URL docs.python.org das ist die Seite wo man die Python-Dokumentation findet und zwar für verschiedene Versionen wir sind jetzt eigentlich auf der Version 2.7 kann man da dann auswählen das ist im Prinzip überall sehr ähnlich also es gibt ein paar Unterschiede bei verschiedenen Python-Versionen aber hier drinnen findet man dann eben Referenzen für alles was Python so kann das ist also die offizielle Dokumentation zu Python gibt es Python-How-To's beispielsweise Functional Programming Unicorn alles mögliche also das geht geht schon sehr weit wieder zurück Tutorial das ist das wo man am besten anfängt da stehen auch diese Dinge die wir gerade durchschauen alle beschrieben also If-Statements For-Statements alles das was heute noch kommen wird kann man hier nachlesen und irgendwann in den Tiefen dieser Dokumentation vergraben findet man dann auch die Detailbeschreibung dazu was dieser Vermeider alles kann momentan wird es uns reichen zu wissen dass dass man mit Prozent D oder Prozent I Zahlen ausgeben kann I wie Integer also das erwartet eine Ganzzahl also ich habe da mal I Prozent I ist gleich und dann gibt es noch ein Integer also immer diese Ganzzahlen und dahinter kommt dann auch wieder ein Prozentzeichen das sagt aus dass dahinter dann alles kommt was ich da ausgeben will und zwar genauso viele Werte wie ich da an Platzhaltern hineingestellt habe ich schaue es gleich in die nächste Zeile weil es so viel Platz verbraucht das heißt da kommt jetzt dieses Factor X Factor Y Result hinein und da bauen wir noch den Zeilen umbruch das geht also auch das heißt was es macht im Prinzip ist es nimmt diese Platzhalter und ersetzt diese Platzhalter dann jeweils durch die Werte die ich hier angebe das kommt eben da oben kommt das Format hin dann kommt das Prozentzeichen und dann kommt eine Klammer und durch Beistriche getrennt alle die Werte die ich da eingesetzt haben will genau in der Reihenfolie wie es hier steht also Factor X Factor Y Prozent I eigentlich glaube ich will ich sogar umgekehrt haben ist egal machen wir es mal so können wir uns dann überlegen was schöner ausschaut und dann sollte ich das eigentlich rauslöschen können und die Aufgabe sollte dieses Statement jetzt übernehmen schauen wir mal ob es funktioniert genau also das ist die andere Möglichkeit schaut immer noch genauso aus wie vorhin und das Schöne an diesem Format dann hier ist dass man da auch eine Breite angeben kann also eine Art Mindestbreite das heißt ich kann sagen das will ich eigentlich immer zweistellig haben also so dass ich mir den Platz von zwei Stellen verbraucht und dann fängt das Ganze eben an schön ausgerichtet da zu stehen man sieht da beim Result gehört es eigentlich dreistellig weil 100 kommt auch vor dann kann ich das hier nochmal ändern und dann kriege ich das alles so ausgerichtet wie man es halt schön lesen kann so dass halt dieselben Stellenwerte immer untereinander sind also damit lässt sich das gleich viel einfacher schön formatieren und jetzt nach jeder Zahlenreihe eine Leerzeile ist auch eine gute Idee das können wir also da in die äußere Schleife einbauen alles was wir dafür brauchen ist System Without Write und einfach nur das Leerzeilenzeichen das heißt immer wenn es da einmal komplett durch ist durch einen Block dann will ich da die Blöcke geteilt haben jetzt schaut schon ganz vernünftig aus das Ganze könnte man sich jetzt ausdrucken und dann hat man das als kleine 1x1 automatisch gerechnet und das Schöne ist es ist halt sehr leicht erweiterbar wenn es jetzt das große 1x1 sein soll oder zumindest ein größeres also dann kann ich da ganz einfach 20 reinschreiben und da kommen wir dann gleich zum nächsten Thema nämlich warum man da nicht unbedingt die Zahlen direkt reinschreiben sollte sondern Variablen oder in dem Fall dann Konstanten besser sind als das dann war ich es nämlich nicht überall einzeln ändern aber dann kriege ich das halt bis 400 daraus das ist auch ganz bequem und zwar alles von 1 bis 1 bis 20 mal 20 und wenn wir das Ganze noch ein bisschen schöner machen wollen dann kann man sich da auch noch eine Konstante einfallen lassen die sagt der Maximalwert den ich da errechnen will ist also Max Factor oder sowas und Konstanten werden dann normalerweise anders geschrieben also es gibt so eine Art Code-Konvention wie man Variablen schreibt und wie man Konstanten schreibt und der Unterschied ist Variablen sind normalerweise klein geschrieben und einzelne Worte oder Wortteile also da in dem Fall halt nur das Y sind durch so ein Underline getrennt vom Rest vom Text und bei Konstanten macht man so, dass man Großbuchstaben verwendet damit man unterscheiden kann, was eine Konstante und was eine Variable sein soll und in anderen Programmiersprachen ist es dann auch so dass man das dann oft noch extra deklarieren kann dass das eine Konstante ist dann kriegt man von der Programmiersprache auch einen Fehler zurückgemeldet wenn man die Konstante irgendwo versehentlich ändert macht Python jetzt nicht also da geht es eher um die Konvention dass man halt sagt, alles was Großbuchstaben hat wenn man da drauf irgendwo eine Zuweisung sieht woanders als dort, wo man es das erste Mal festlegt dann ist es wahrscheinlich ein Fehler weil das hätte dann eigentlich eine Konstante sein sollen das heißt der maximale Factor, den wir hier bekommen werden ist 20 in dem Fall und das kann ich hier dann eben wieder benutzen und beide Male und wenn das das ist, was ich eigentlich bezwecke mit der ganzen Geschichte dann nennt man das, das ist sozusagen Good Style also man kann alles mögliche machen in Programmiersprachen und viele Dinge von denen, die man machen könnte sollte man nicht machen, weil es eben einfach kein guter Stil ist, das zu tun und eins der Dinge, wo man immer wieder sagt das ist etwas, was man nicht machen sollte direkt Zahlen, die sich irgendwann unter Umständen ändern werden in den Code reinzuschreiben also was okay ist, ist wenn man davon ausgeht dass der Code sich nie dahingehend ändern wird dass sich die Schrittweite ändert dann kann man da diesen 1er direkt reinschreiben und auch die Startwerte wenn die bis in alle Ewigkeit immer 1 sein werden also wenn das nie bei 5 anfängt oder so dann kann man es da direkt reinschreiben aber sobald man damit rechnet, dass man das Programm vielleicht irgendwann einmal ändert oder dass sich irgendein Wert im Programm vielleicht irgendwann ändern könnte dann sollte man eine Konstante verwenden die man nur ein einziges Mal irgendwo definiert weil es dann eben den Vorteil hat wenn man die mehrmals im Programm benutzt braucht man nur diese eine Konstante ändern und diese einen Stelle und man hat überall im Programm dieselbe Änderung weil sonst passiert nämlich genau das, dass wenn man das Programm ändert hat man das vielleicht diese Zahl zwölfmal wo stehen wenn man es direkt als Zahl reinschreibt und dann ändert man halt sieben oder acht davon und die anderen vier oder fünf vergisst man und dann hat man meistens irgendwo einen Programmierfehler drinnen also es passiert irgendwas, womit man nicht gerechnet hat weil man halt irgendwo übersehen hat alle Zahlen, die es betrifft, zu ändern und genau das vermeidet man, wenn man Konstanten verwendet stattdessen das wäre glaube ich jetzt so eine gute Idee legen wir mal vielleicht 10-15 Minuten Pause ein Dankeschön